Denk dran, wir wollten Samstag ins Kino gehen. Du weißt ja, wie mich die Arbeit auf Trab hält. Agent Carter, Sitzung aller Agenten. Ich liebe diesen Hut. Du willst eine bedeutende Mission? Das ist sie. Du arbeitest bei einer Telefongesellschaft. Da geht's doch nicht um Leben und Tod, wenn du wüsstest. Marvel's Agent Carter, die deutsche TV-Premiere. Ab 27. Mai, 21 Uhr auf Sci-Fi. Bis zum nächsten Mal.